Liebe Touristen und Gäste unserer Berliner Hauptstadt und natürlich liebe Montagsdemonstranten aus der ganzen Bundesrepublik Deutschland, die Aktivisten der bundesweiten Montagsdemonstrationsbewegung, die hier seit neun Jahren, Berlin zehn Jahre, fest organisiert den Widerstand gegen die neoliberale Politik hier in Deutschland leisten. Ich heiße euch alle herzlich willkommen zu unserer zehnten Herbstdemonstration hier in der Hauptstadt Berlin. Wir werden jetzt hier mit unserer Auftaktkundgebung beginnen, die mit knappe oder guten dreiviertel Stunden geht. Dann werden wir einen Demonstrationszug durch den Stadtbezirk Brenzlauer Berg machen und hier gegen 14.30, 14.45, je nachdem, wann man zurückkommt, die Abschlusskundgebung durchführen. Ich gebe jetzt erstmal das Wort weiter an unseren Aktivisten von der Berliner Montagsdemonstration. Als Gastgeber ist ja nun mal die Hauptstadt hier heute der Herbstdemonstration. Vielen Dank.